Yo Leute, was geht? Hier ist wieder euer EMP-Doppel-I-O, der Boss hier vom Boss-Channel. Na boh, meine Freunde, und hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf diesem Kanal. Ihr seht richtig, der YouTube-Channel vom Boss wird wiederbelebt, meine Freunde. Hier kommen jetzt wieder, ich sag mal, wöchentlich zwei, drei Videos, geiler Content. COD, AOE, Warzone, alles wird kommen, vielleicht noch so ein bisschen was anderes. Und es wird heftig einer aufdelivert. Heute gibt's eine geile Partie Rankplay mit meinen werten Kollegen Ibo, Daniel Knight und dem Lelek Haptic, welche alle so ein bisschen durch die Lobby gecarried werden. Wenn ihr übrigens mehr vom Boss sehen wollt, ich bin täglich ab 20 Uhr ungefähr live auf Twitch, da könnt ihr mal vorbeischauen. Viel Spaß mit der Runde und Skrrr. Wollt ihr Skyline oder Dings? Ist das kein Ibo gewesen sein? Nein. Nein, lass mir Red Cup bannen, dann kann es ja beides sein. Ach so, stimmt, ach stimmt, ja, bannen ist das ja. Oder sicherlich zur Liga. Nein, 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 nein. Du hast von Anfang gar nicht gespielt, nein, ich sag auch nein, weil du mich komplett outperformen wirst, obwohl du von Anfang an nicht gespielt hast. Deshalb sag ich nein, bro. Der wird jetzt immer gucken, ob er überall steht. Ja, nein. Das wird dich mental, leider, das kommt mit mental, Mann. Ja. Basie ist der Markenzeichen von Edgar, der hatte doch mal das Profil wieder richtig lange. Habe ich immer noch, glaube ich. Ja, ich. Oder dieses Liegen ist so, wenn er. So, let's go, komm. Und rein, Lungs. So, let's go, just dogs. Let's fucking go, Männer. Das Daniel Knight, ja. Alles top, windows oben. Spawn Philipp, ob er noch so ist, ob er noch so ist. Ja, er kommt raus. Ja, Kraft Gegner. Mein Gott. Unsere spawnen. Unser Haus. Das sind die Gegner, die ich wähle. Ja. so viele stanz aus versehen werfen weil ich denke ich habe es denn dabei mit der mitte mit der mitte habe ich nächstes bahn das gleiche in dem tower da drin aber ich bitte um habe ich keine sache weißen holz diese mitte jetzt aber alles vereint noch kalt der spielte einfach der timing und aus ja ich glaube ja oder warum legt man spielt aber so komisch obendrauf wird über der kunden zweiter hat so schön sorry noch eine doch noch ein aus nächster das nächste direkt oder einer dort unter und schaut sich alonso absolut einer musste aufzug noch haben wenn wir aufzug habe ich sind aber ich habe gleich den ich glaube es sind aber kann das kann das kann kann und schon jemand exit legt von euch nennen nur die ganze weiter geholt das niveau wahrscheinlich nicht nehme ich an das war glaube ich einer ist der ist der ist unser haus man schaut ja ich wollte schon sagen über sparen unser haus unser haus ich habe ich habe ich habe ich noch einer bei uns hinten und kommen habe ich eine sache deren bade an einer kennen 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 habe ich schön ich nehme da nicht kurz mit dem vip ist und wieder aus oder weil das kann ich wollte dann nicht deine dominanz untermauern wir haben wir alles im griff meiner hinter uns stellen stellen nicht dass sie kommen nein etwa der g macht ihr doch mal gar kein kaufmann besser nico ist so gut geworden ich hab doch der man hat heimlich trainiert wir morgens geschrieben ja so jam hast du kontakt zu plutonium ich will wer dance wieder bringen so ist der mann aufgestanden ja ja da haben wir glaube ich um 82 philosophiert darüber ja er wurde also erstmal kommt es eben märz und zweitens werdet ihr so wirklich rektal von der legal abteilung wenn das macht das macht wirklich gar keinen spaß später kommt der tweet wie gar ein sie sind es ist da oder ja lass dir mal noch träume haben ich habe ihn gesagt soll loslassen liegen bleiben was auch wenn man hier sagen wollte 3 sind da unten ich bin auch nico sein account war die bau auf meiner kaufspiele deswegen deswegen ja es hat auch mal mal spielen weil er ist als ein mensch und ja das war hier dominanz gewinnen jungs zu mehr punkte ja 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 jetzt noch einmal als bonnie trappi einen an hill das war vorne jetzt aber als trophy aufs wohns an aus klausens von 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 das ist ein dummer wohnen ihr werdet direkt performt oder was sagt der chat zu der performance hier gerade runter 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 ja 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 auf den stairs wieder auf der street werde ich dich anspucken nicht nur deine mutter ich lass bitches mein hat mich noch einmal 2 2 2 1 1 schießt von oben ich habe aufzug es geht mein bester ja so ist man es auch gewohnt er ist jetzt aus links ein bisschen nicht schlecht es gibt wirklich alles naja es langt aber leider nicht es geht mein bester habt ihr gleich wenn ich hoffe ihr könnt mir verzeihen dass heute mal keine auge kommt aber auf ins club gaming video kam heute ein geiles video das kann ich empfehlen dann die wendel konnte schneide wende der eine mann so viel von arab hat sich nicht gerade bild beschwert ähnlich ja okay er geht immer noch in die helder ist wirklich am fein noch so ungefähr und hat uns siegen ist dein herr wie du es online das schaue ich mir heute abend an schreib mal smurf auf so ehrlich einfach smurf g So groß in die Unterhaltung irgendwie. Smurf G. Digger.